Ich bin der Kreuz Martin, bin aus Übersee, bin 27 Jahre alt und bin der jüngste Berufsfischer am Chiemsee. Also morgens fange ich um 6 Jahren bei Hütten auf, tue das Schiff mit den Küsten beladen und dann fahre ich raus durch die Netze, die werden kontrolliert. Das heißt, ich ziehe die Netze ein, jeder Fisch, der drinnen ist, wird raus da und die Netze werden dann wieder gleich gesetzt. So Momente sind halt, wenn wirklich im Sommer, wenn die Sonne aufgeht, bist du draußen und siehst, wie der Tag beginnt, also mit dem ganzen Morgengrot, das ist dann schon gewaltig. Kornel ist auf dem See. 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 Bei einem besonderen Platz kann man sagen, ich hucke mich gerne mal in meine Bootshütten runter, wenn ich mal in den Berg bin, weil da ist es halt schön ruhig. Da kannst du wirklich noch abschalten und Kraft tanken für den nächsten Tag. Kornel ist auf dem See. Kornel ist auf dem See. Kornel ist auf dem See. Kornel ist auf dem See.